Hello again, liebe Facebook-Freunde, liebe Leser. Hier bin ich heute an meinem liebsten Ort, dem Kornmarkt, dem Wochenmarkt, wo meine Mutter schon über 70 Jahre jeden Dienstag und Freitag Obst anbietet. Sie ist die älteste Marktbeschickerin. Die Figur im Hintergrund, den Schutzmann Wischer, dürfte ich auch mal bei einem Event mit Alex Jakob auf der Roseninsel darstellen. Deswegen habe ich heute diesen Platz gewählt und möchte gerne jetzt zum Thema kommen. Mein wichtigstes Anliegen ist es, für Bad Kreuznach wieder Straßen herzurichten, wo alle Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer gerne wieder nach Kreuznach kommen. Es darf nicht sein, dass wir durch diese drastischen Maßnahmen mit diesen vielen Radwegen, die leider im Nirgendwo enden, unsere Stadt immer schlechter nach außen darstellen, kommt keiner mehr in die Stadt gefahren, die Händler beklagen sich, die Gastwirte beklagen sich. Also müssen wir Wege finden, dass alle wieder glücklich sind, auch die Gewerbetreibenden. Und wenn wir eine Entlastungsstraße hätten, wo ich ja sehr dafür bin, diese Ost-West-Verbindung, die ja lange schon besprochen wurde, leider nie umgesetzt wurde, sollte dann endlich gebaut werden, um Salinenstraße, Wilhelmstraße so herzurichten, dass es eine Flaniermeile werden kann. Vielen Dank.